Kordula Dobis kann auf eine über 30-jährige Karriere als freischaffende Künstlerin zurückblicken. In ihren Skulpturen konzentriert sich Kordula Dobis auf die charakteristischen Details ihrer Motive. Dabei geht sie manchmal bis an den Rand der Abstraktion. Sie verliert aber niemals das Gespür für die wichtigen Merkmale, die das Wesen ihrer Figuren ausmachen. Auch bei ihrem Nachtvogel arbeitet sie höchst minimalistisch. Sie benötigt nur wenige Linien und Flächen, um die Körperformen zu definieren. Den Schnabel, ein Auge und die Füße deutet sie nur an. Dennoch ist die Eule auf den ersten Blick zu erkennen. Diese hochwertige Skulptur aus Bronze ist im Wachsausschmelzverfahren gefertigt und anschließend von Hand ziseliert, poliert und patiniert. In einer limitierten Auflage von 49 Exemplaren ist sie exklusiv bei Asmundi erhältlich. Das war die Ausflugel. Die Ausflugel ist der Ruhmung des Kunden und abgeholt wird. Das war die Ausflugel. Vielen Dank.